Lifehite präsentiert die Allzweckreibe mit den praktischen Einsätzen zum Reiben, Raspeln, Schnitzeln und Schneiden. Die Einsätze stecken platzsparend in der Seite und sind leicht auszuwechseln. Auch Scheiben können Sie mit der Lifehite Allzweckreibe einfach schneiden. Die Scheibendicke können Sie beliebig einstellen. Schnelles, sicheres Schneiden von dünnen oder dicken Gurkenscheiben. Die Lifehite Allzweckreibe liegt sicher auf der Schüssel auf. Der Restehalter hält alles fest und lässt sie reiben bis hin zum letzten Rest, ohne Gefahr für die Fingerspitzen. Dazu gibt es einen speziellen Messereinsatz. Der schneidet sogar Tomaten, saubere Scheiben bis zum letzten Rest. Lifehite Allzweckreibe, die müssen Sie haben.